Direkt Aktion. Direkt Aktion. Direkt Aktion. Direkt Aktion. Direkt Aktion. Sehr wichtig. Darum geht es ja bei Aktionen. Ich mache Aktionen ja nicht, weil es mir Spaß macht. Natürlich habe ich auch öfter mal Spaß dabei und das ist auch gut so. Aber ich mache ja Aktionen, weil ich damit etwas erreichen will und weil ich damit etwas vermitteln möchte. Ich denke, Inhalte sind das A und O bei Aktionen. Eine Aktion ohne Inhalt macht gar keinen Sinn. Denn die Aktion soll ja die Erregung produzieren, die Aufmerksamkeit produzieren, die dann den Inhalt transportiert. Aktionen, die total kryptisch sind, wo das Bekennerschreiben keiner das versteht und keiner den Sinn versteht, habe ich eine Schwierigkeit herauszufinden, was der Mehrwert davon ist. Man macht diese Aktionen ja auch nicht einfach so. Es gibt ja schon bestimmte Gründe, warum man diese Aktionen macht und ich finde, die sollten auch dazu vermittelt werden. Aktionen mache ich eigentlich nur, um Inhalte zu vermitteln. Das ist der Kern der Aktion. Außer vielleicht ist es eine Blockadeaktion, die ein direktes Ziel verfolgt. Dann ist es mir nicht so wichtig. Zum Beispiel beim G20-Gipfel gab es ja so Riots in Hamburg, also größere Proteste. Und es ist mehr zuvor aufgegangen und wurden Sachen angezündet und so. Und da hat sich im Prinzip von selbst vermittelt, über diese Proteste, dass dahinter halt eine Totalopposition gegen den Staat und wie es gerade läuft steht. Und das hatte insofern schon sehr viel Inhalt, obwohl es oberflächlich betrachtet wenig hatte. Ich verstehe auch die Position zu sagen, naja, der Scheiße gefährdet uns. Ich will das einfach kaputt machen, mach kaputt, was ich kaputt mache und tschüss. Ich habe keinen Bock, das zu erklären. Also, ich verstehe auch diese Haltung, nur halte ich das für politisch im Gesamtschau, eine Gesamtchoreografie besser, wenn man auch noch dazu vermitteln kann. Aber es ist ja nicht immer notwendig, das als Aktionsgruppe zu vermitteln, weil ich meine, wenn es gerade im Rahmen einer größeren Bewegung, Kampagne, Kassel auch transportet, dann muss man nicht jede einzelne Aktion erklären, warum Atomkraftscheiße ist und Atomkraftbautscheiße sind. Es ergibt sich daraus, dass einfach der Transport immer mal wieder blockiert wird. Es ergibt sich im Gesamtschau und da gibt es teilweise Aktionsformen, die nicht unbedingt groß vermittelt werden müssen. Ich finde es wichtig, dass Aktionen sehr zielgenau treffen und verstehe das so, dass das Narrativ dieser Aktion auch so verstanden wird. Und fatal wäre es natürlich, wenn ich eine Aktion mache und was in der Öffentlichkeit von dieser Aktion hängen bleibt, ist etwas anderes, als ich eigentlich vermitteln möchte. Ich will ja, dass die Menschen auf Themen, auf Inhalte, auf Kritiken, auf Forderungen aufmerksam werden. Und wo geht das besser, als genau dort, wo dieser Konflikt dann auch stattfindet? Blockaden gegen die Gentechnik gehören auf Genversuchsfelder und vor Gentechnikfirmen. Wenn wir VW angreifen wollen, direkt ins Kraftwerk gehen und nicht in der Stadt nur eine Demo organisieren. Das kann aber auch das Ziel sein, das Funktionieren der Gesellschaft im Ganzen zu beeinträchtigen und das finde ich auch ein legitimes Ziel. Teilweise lässt sich auch durch eine gute Aktionsform, ein gutes Bild vermitteln, was die Idee ist. Genau, ich denke, man soll das mitdenken in der Planung, ist aber nicht das Allerwichtigste. Ich finde, das Gesamtgesellschaftliche wird oft in der Vermittlung viel zu wenig mitgedacht. Genial ist es, wenn wir es schaffen, bei den Aktionen nicht nur die speziellen Themen, weshalb da eine Aktion gemacht wird, aufzugreifen, sondern das auch in ein großes Bild einzusetzen, worum wir das aktuelle System jetzt in Art und Weise hinterfragen. Aktionen können gesamtgesellschaftliche Fragestellungen thematisieren, auch wenn das oft schwierig ist, weil es viel einfacher ist zu vermitteln, ich will den Wald retten, ich will irgendwie den konkreten Flughafen verhindern oder sowas. Das ist viel einfacher zu vermitteln, als ich will irgendwie eine andere Welt, ich will eine Welt ohne Knester, ohne Polizei mit einem anderen zusammenlegen. Das geht über inhaltliche Botschaften zum Beispiel, aber da kommt auch nicht viel davon über. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall noch ein Punkt, wo wir besser werden könnten, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge auch zu thematisieren und vielleicht auch zu gucken, wie könnten Aktionen so aussehen, dass sie das auch tun. Also ich erlebe es immer wieder, wenn sehr große Systemfragen irgendwie in Aktionen mit eingebaut werden, dass das eher weniger greifbar macht, worum es dann ganz gezielt geht. Also bei einer Schlachthofblockade irgendwie ein ganzes System zu hinterfragen und Lohnarbeit zu kritisieren, macht es irgendwie schwer, das dann mit den Menschen irgendwie in Wut, im Austausch irgendwie zu vermitteln. Wir können bei direkten Aktionen sehr schwer nur gesamtgesellschaftliche Fragen aufwerfen, aber bei jeder konkreten Aktion immer die dahinterstehenden gesamtgesellschaftlichen Fragen mitbenennen. Es ist zwar sehr schwierig, aber durchaus möglich. Ich denke da an das Beispiel von der Antipsychiatriearbeit, wo wir versuchen, die gesellschaftlichen Probleme, die hinter diesen Symptomen stehen, aufzudecken, indem wir direkt mit Betroffenen reden, indem wir direkt mit Menschen reden, die dort arbeiten und auch versuchen, das Thema in die Gesellschaft reinzubringen, indem wir flyern, indem wir uns der Kritik stellen, dass wir wollen, dass die ach so gefährlichen bösen Menschen nicht weggespart werden. Zum Beispiel beim Autoverkehr, finde ich, gehört das schon in einem größeren Zusammenhang zu erklären, wieso es da auch um Klimaproblematik geht. Und ich denke, das kann auch gut funktionieren, aber zum Beispiel die Verwerflichkeit des kapitalistischen Systems in einer Aktion zu behandeln, stößt dann an die Grenzen der Vermittelbarkeit, glaube ich. Wenn ich den Kampf um Mobilität und Barrierefreiheit zusammenführe, den Kampf um Verkehrswende zusammenführe, dann habe ich sowohl die Sicht auf Verkehrspolitik als auch die Sicht von Integration, Teilhabe für Menschen mit Behinderung, Inklusion. Das ist schon eine größere Ebene. Ich möchte nicht nur, dass dieses eine Braunkohlekraftwerk plattgemacht wird, sondern ich möchte eine Veränderung der gesamten Ausbeutungsverhältnisse der Welt. Ich möchte eine herrschaftsfreie Welt und ich möchte eine Welt ohne Ausbeutung. Und das geht nicht nur, wenn dieser eine Schlachthof dicht ist, sondern wenn alle Schlachthöfe dicht sind und alle Braunkohlekraftwerke und alles, was Menschen und Natur ausbeutet. Ich habe eine Menge von Aktionen schon gemacht, bei denen es sehr einfach war, die gesamtgesellschaftlichen Fragen dahinter auch zu thematisieren. Als Beispiel, wenn du ein verstecktes Theater machst, um die Frage, warum eigentlich alles Geld kostet, oder ob man nicht auch Dinge einfach so mitnehmen kann, oder ob man ohne Ticket unterwegs sein kann, oder was auch immer, kommt sehr schnell die Frage auf, ja, was, wenn das alle machen würden? Das ist eine wunderbare Frage, die geradezu überleitet dazu, über gesamtgesellschaftliche Utopien zu reden. Ja, wäre doch schön, wenn das alle machen würden, oder? Ich glaube, bei den meisten Aktionen, bei denen ich dabei war, standen gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge zum Thema. Ein bisschen versucht wurde das bei der Blockade von einem Autozug von VW. Da gab es unterschiedliche Pressemitteilungen, die unterschiedliche Aspekte beleuchtet haben. Zum Beispiel auch was zu Patriarchat und Autos, zum Beispiel was zu Verkehrswende, zum Beispiel was zu Elektroautos und den Schäden, die die verursachen. So komplett gesamtgesellschaftlich und andere Welt zu thematisieren, haben wir oft versucht, aber so richtig übergekommen ist das eher selten. Also mir ist bei Aktionen auf jeden Fall das Thema Intersegnalität wichtig, dass man verschiedene Kämpfe zusammenführt und das hat durchaus eine gesellschaftliche Ebene, wenn man die zusammenführt. Viele kleine Aktionen oder an kleinen Orten betreffen gesamtgesellschaftliche Problematiken. Es gibt viele Formen der Vermittlung von Inhalten, aber die wichtigste ist meines Erachtens die direkte Aktion, wo Menschen aufmerksam werden durch das, was wir tun, und dann hingucken auf das, was wir fordern. Ich mag Aktionen, die in sich schon ausdrücken, quasi wie die Welt besser aussehen könnte, also die nicht nur rein appellativ sind, sondern quasi schon vorwegnehmen, wie die Welt besser wäre. Beispiele können Besetzungen sein, wo die Leute versuchen schon so zusammenzuleben, wie es besser wäre, oder auch Blockaden, wenn dann für den Moment kein Kreuzfahrtschiff ausfahren kann, kein Auto auf der Autobahn fährt. Dann ist die Welt für den Moment schon mal ein bisschen besser. Ich mag Formen der Vermittlung, die besonders viel Auseinandersetzung um das Thema in den adressierten Leuten fördern. Das ist zum Beispiel ganz stark bei Kommunikationsgeräten wie Fake-Flugblätter, die im Namen von irgendwelchen Firmen oder Konzernen oder PolitikerInnen rausgegeben werden, weil dann fängt das Gehirn der Adressierten richtig an zu arbeiten. Und es entsteht viel tiefere Auseinandersetzungen, als wenn irgendwo eine Demo langläuft, an der du auch einfach vorbeilaufen kannst, ohne zuzuhören, was die da überhaupt reden. Sehr gelungen finde ich auch, wenn Aktionen selbst vermitteln. Zum Beispiel ist das Blockieren von Autobahnen ganz offensichtlich gegen Autos gerichtet und braucht da auch nicht mehr viel Vermittlung. Gaspipelines zu, denen ist natürlich gegen fossile Energien, da braucht man auch gar nicht mehr viel Vermittlung. Das könnten auch so einfach Menschen machen. Transbis, Spray-In, Blockadeaktionen, alles in einem ergibt einen bunten Stausaktion, der sehr effektiv sein kann. Flyer verteilen, aber mit Hingucker, damit die Leute nicht denken, das ist die x-te Werbung. Aber wenn du einen Banner irgendwo aufhängst, zum Beispiel hast du so einen Hingucker, und das ist einfacher, die Flyer zu verteilen. Weitere Möglichkeiten der Vermittlung, die ich gerne mache, natürlich, du machst eine Aktion, die produziert Bilder, und dann kann man die weiterverbreiten über Presse, Sozialmedien und so. Ich glaube, das ist auch wichtig, wo ich persönlich zum Beispiel als Mensch mit Behinderung, wir sind unter Menschen mit Behinderung ziemlich viel digital vernetzt, weil nicht alle die körperliche Kapazität haben, rauszugehen. Wenn halt irgendwie Presse da ist oder so, mache ich auch Vermittlung über Presse, aber ich finde es immer netter, wenn man direkt mit Menschen ins Gespräch kommen kann. Für jede Aktionsform muss man eine Art, wie ich die Botschaft vermittle, finde. Und es ist nicht börsisch schlecht, weil es eine andere Form ist. Direkte Kommunikation ist das Salz in der Suppe. Und wenn die Aktion selber das nicht hergibt, dann bedarf es zusätzlicher Menschen, die begleitend zu der Aktion die direkte Kommunikation herstellen. Nicht, wer über eine Autobahn hängt und dies dann blockiert, kann nicht selber kommunizieren mit den Autofahrenden. Aber das können dann andere Menschen machen. Ich versuche immer, direkt auf die Menschen zuzugehen, sie in Gespräche einzugehen, und versuchen, im Gespräch und im Austausch unsere Inhalte zu vermitteln. Also ich bin eher so ein Mensch, der gerne mit den Leuten, die da vielleicht verwundert stehen bleiben oder blockiert sind, auch in Austausch kommt, also sich auch ins Gespräch begibt. Manchmal kommt da nicht so viel bei rum, aber manchmal entstehen auch da besonders spannende Gespräche. Ich finde es gut, in direkte Kommunikation mit Menschen zu gehen. Ich habe allerdings nicht immer die sozialen Ressourcen dafür, das tatsächlich in der Aktion zu tun. Ich mache ja Aktionen, weil ich damit irgendeine Öffentlichkeit erreichen will und weil ich andere Menschen erreichen möchte und irgendwas vermitteln möchte. Wenn du mit dem Gehzeug unterwegs bist oder bei einer Fahrraddemo oder auch Blockaden, wo PassantInnen vorbeikommen, ja, finde ich es spannend, mit den Leuten zu reden. Ich finde, manchmal ist das das Gehaltvollste, sich mit den Leuten zu diskutieren oder zu streiten direkt beziehungsweise hat auch den Vorteil, dass man irgendwie Rückfragen beantworten kann oder irgendwie noch Sachen, die wichtig sind, die jetzt vielleicht irgendwie nicht auf so einen kurzen, knackigen Flyer gepasst haben oder auf einen Twitter-Beitrag. Im Idealfall gehe ich bei Aktionen in direkte Kommunikation mit Menschen, was ja nicht immer möglich ist, je nachdem, was das für eine Aktion ist. Aber wenn es möglich ist, dann ja. Es gibt natürlich auch Aktionsformen, bei denen das nicht so direkt funktioniert, weil zum Beispiel an der Aktionsort keine Menschen sind oder weil man nicht so schlau ist, in Gespräche zu gehen. Allein tatsächlich auch schon mal Gespräch beim Graffiti-Sprühen. Das war sehr spannend. Als wir vor ein paar Monaten mit unseren Rollstühlen an der Bahnhoffassade geklettert sind, da war einfach so, was machen die Rollstühle? Hä, was ist los? Und dann hat es dazu geführt, dass die Menschen, die unten standen, sehr gut mit den Menschen in ein Gespräch kommen konnten. Und das finde ich sehr wertvoll auf eine Aktion. Wir können Aktionen am Wegesrand platzieren, sodass Menschen vielleicht vorbeikommen, aber selber anhalten müssen, um mit uns irgendwie in einen Austausch zu kommen. Das sind so Aktionen, die eher einladend sind. Und es gibt Aktionen, die sind mitten im Weg. Da stolpern Menschen drüber, da müssen Menschen drum herumgehen. Ich mag es eigentlich eher, wenn es provokant ist, also wenn wir Menschen konfrontieren mit dem, was wir auch diskutieren wollen. Aktionen aktionen MOSMR aktionen